Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Magic-Folge. Diesmal ein bisschen was anderes und zwar spreche ich hier im Voice-Over, um euch so ein bisschen was zu erklären. Und zwar geht es eigentlich darum, wann gibt man bei Magic auf und gibt man überhaupt auf? Wie macht man das? Ich muss sagen, ich, wenn ich jetzt Matches spiele, also zum Beispiel Ranked Ladder oder sowas, da gibt es ja auch dann immer die Situation, wo man weiß, man kann nicht mehr gewinnen. Und dann gibt man häufig auf, da man ja kein schlechtes Gefühl haben will oder man will, sagen wir mal so, man will selbst entscheiden, wann das Spiel zu Ende ist, weil man eh schon verliert. Und in dem Fall zeige ich euch mal, dass es auch ein bisschen anders geht, sodass man vielleicht auch wirklich die Erfahrung braucht, um zu wissen, wann gebe ich auf oder versuche ich noch, das Spiel zu drehen. Denn in dem Sinn, seht ihr zum Beispiel, lief es am Anfang relativ gut. Ich hatte zwei Mana, zwei Gebirge, hatte ein schwarz-rotes Deck, eigentlich schon ein bisschen agromäßig unterwegs, viele Two-Drops. Und jetzt hatte ich das Problem, ich hatte nur noch schwarze Karten auf der Hand und zwei Gebirge ausgespielt, also auch kein Land mehr nachgezogen. Und mein Gegner hatte zwei Länder auf jeden Fall, verschiedene Farben, also er hatte keine Mana-Probleme, sagen wir mal so. Und jetzt kommt auch noch das dritte Land von ihm, zack, Paladin, 3-2, 3-1er. Sieht für ihn auf jeden Fall ziemlich gut aus. Jetzt ziehe ich zwar noch ein drittes Land, es ist allerdings wieder ein Gebirge. Und so zog sich das. Und der Gegner spielte Zug und Zug gute Karten aus. Und da könnte man meinen, ja, seht ihr hier wieder 2-2er mit Flickereffekt. Kann er dann jemanden flickern lassen, um dann die nächste Kreatur noch mal einen plus 1, plus 0 Counter zu geben. Also es lief für ihn schon ziemlich, ziemlich gut, muss man sagen. Und da ist natürlich so eine Situation, das vielleicht jetzt noch ein bisschen früh aufzugeben, aber es ist schon knapp. Man hat ja gerade erst angefangen, deshalb würde ich da jetzt auch nicht sofort schon aufgeben, ist klar. Nur, ja, die Sache ist ja immer so, wie gesagt, wann gibt man auf? Na klar, ich finde es jetzt auch nicht cool, wenn man irgendwie vor dem letzten Angriff aufgibt. Also man sollte sich und den Gegner dann schon ein bisschen einschätzen können, wann ist es genug und dann rechtzeitig aufgeben, aber auch nicht zu früh, wie gesagt. Also das Spiel habe ich mal so als Beispiel dafür genommen, dass man, ja, da hätte ich vielleicht auch doppelblocken sollen, wäre vielleicht auch ganz cool gewesen, aber ich wollte halt noch ein bisschen länger durchhalten und habe auf das Land gehofft und dachte ich mir noch so ein 1-1er-Blocker, um noch ein bisschen länger. Ihr seht schon meine Reaktion. Oh mein Gott, warum kommt jetzt das vierte Gebirge und kein Summen? Oder wenigstens eine rote Karte, mit der ich was anfangen könnte. Also ich habe den 1-1er jetzt einfach da gelassen, um ein bisschen blocken zu können, um noch ein paar Züge länger durchzuhalten. So war meine Idee. Gut, ich war jetzt hier in dem Moment auch im Twitch-Stream, also wahrscheinlich hätte ich jetzt eh nicht aufgegeben, auch wenn ich, ja, aussichtslos im Hintertreffen gewesen wäre, weil es ist halt einfach, mein Gott, Twitch, da redest du halt auch mit den Chat-Teilnehmern. Auf jeden Fall war das jetzt Best of Three. Das war das Baldur's Gate-Draft. Ich hatte vorher schon eine Partie verloren und hier seht ihr auch 1-0 im Rückstand. Oben links sieht man das, der Kenny, mein Gegner, hat schon eine Partie gewonnen. Und ich habe das so als Exempel genommen, einfach um nicht aufzugeben, einerseits. Und andererseits, wie gesagt, manchmal hängt alles auch so ein bisschen an einem seidenen Faden, weil durch den Sieg jetzt, ich nehme es ja schon vorneweg, ich gewinne das Match sogar noch. Sieht zwar aussichtslos aus momentan, aber ich gewinne es noch. Hat das Ganze so ein bisschen die Wendung genommen und ich konnte diese Partie zwar jetzt nicht gewinnen, weil er dann im dritten Spiel noch relativ gut war und da hatte ich keine Chance. Aber ich konnte dann, jetzt kommt endlich der Sumpf und jetzt habe ich noch eine Chance. Es ist zwar ziemlich spät, er hat drei Kreaturen auf dem Board, doppelt so viele Lebenspunkte. Aber jetzt werde ich mal ein Glück versuchen. Natürlich, jetzt steht mir halt fast alles offen, bis auf das Auge. Die große Sextech ist ja, glaube ich, Kreatur ist das. Genau. Und was ich sagen wollte, das hat so ein bisschen die Wendung auch noch gebracht. Das hat mir ein bisschen Motivation gegeben. Nachdem ich dieses Spiel gewonnen habe, konnte ich dann auch den nächsten Gegner dann schlagen. Ich glaube sogar 2 zu 0, relativ eindeutig. Genau. Jetzt dieses erst mal Verteidigen, Überleben. Ich habe natürlich hier ein bisschen Hoffnung geschöpft, muss man ehrlich sagen. Denn ich hatte, das ist eigentlich auch ganz gut für mich, eine Kreatur weniger. Und ich habe noch meinen Blocker. Eigentlich, denke ich mal, ein kleiner Fehler von Gegner. Er hätte einfach tauschen sollen und dann meine Kreaturen einfach ein Board haben. Denn ich habe noch fünf Lebenspunkte, die wir sehen können. Er hat aber allerdings nur noch eine Kreatur, beziehungsweise eine Karte auf der Hand. Kreaturen hat er ja noch zwei, aber er hat nur noch eine Karte auf der Hand. Und da habe ich natürlich ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass er bald nichts mehr liefern kann. Oder vielleicht sogar nur noch ein Land auf der Hand hat. Wie gesagt, da hätte er jetzt vielleicht tauschen sollen, anstatt ihn zu opfern und mir ein paar Schadenspunkte mehr zu machen. Er hat mir jetzt nur zwei Schadenspunkte mehr gemacht und dafür meine Kreatur am Leben gelassen. Als Blocker war vielleicht ein kleiner Fehler. Mal sehen, seht ihr, jetzt hat er noch ein Removal. Jetzt sieht es wieder ziemlich böse aus für mich. Greift doppelt an. Ich block natürlich sein, ja, sein Ghoul, glaube ich ist das, den er noch pumpen kann. Zack, und bin nur noch auf drei. Ja, aber er hat das letzte Land gedroppt. Also er hat wirklich gar nichts mehr in der Hinterhand. Er spielt jetzt nur noch Top Deck und ich habe natürlich super Kreaturen auf der Hand. und das Spiel geht gar nicht mehr so lange, weil er auch weiß, er spielt jetzt Top Deck. Ich habe ein paar Kreaturen hier, schau, jetzt der zweite Summe ist ja auch noch gekommen. Jetzt kommen zwei Kreaturen, die machen auch massig Schaden. Der Lenke-Dude pumpt noch alle anderen um vier Angriffspunkte. Mal sehen, er hat jetzt zwar noch ein Removal gezogen, ziemlich gut eigentlich, ziemlich guter Top Deck. Aber er hat das Pech natürlich, dass ich viele Kreaturen auf der Hand hatte. Also ich glaube, das waren jetzt nur schwarze Kreaturen. Und er muss jetzt wirklich gute Top Decks ziehen. Er müsste mir jetzt ja nochmal drei Schadenspunkte machen. Und weiß und schwarz hat jetzt in dem Sinne nicht so das Removal am Start, beziehungsweise Removal schon, aber jetzt nicht so den Direct Damage. Habe jetzt nochmal geopfert, zack. Und jetzt kommen natürlich die Kreaturen. Jetzt kommen die Karten auch, die ich brauche hier. Zack, nochmal einen Blocker gelegt. Sogar angegriffen. Ein bisschen risky, aber ich dachte mir, ja, okay, der hat bestimmt keine Kreatur mit Eile, die er legen kann. Hausnäher ein bisschen runter. Und jetzt mit der anderen Kreatur noch als Zusatz die Spielsteine erzeugen, die ich dann opfern kann und minus eins oder minus zwei geben kann damit. Aber das ist, glaube ich, überhaupt nicht verkehrt. Und einfach genial. Jetzt sieht es halt sehr, sehr, sehr schlecht aus. Ich meine, der Gegner hat natürlich noch ein bisschen Hoffnung, weil drei Lebenspunkte ist ja wirklich nicht mehr viel. Und irgendwie, man denkt immer, wenn der Gegner nur noch so, ja, circa ein bis drei Lebenspunkte hat, dass man ihn noch runterkriegt dann auch. Auch wenn man mit Hintertreffen ist, was das Board betrifft. Nur, wenn man jetzt nicht gerade rot spielt, ist es eigentlich auch ziemlich schwierig, das zu schaffen. Vielleicht noch mit einem Massenremoval und dann nochmal Kreaturen aufbauen. Aber wie gesagt, mein Gegner hatte auch, glaube ich, kaum Karte-Draw im Deck. Ich weiß jetzt nicht genau, was diese Karte war. Anscheinend konnte er mit der noch eine Karte nachziehen. Ja, okay. Hat nochmal ein Removal gezogen. Ich denke mir hier auch, ich habe mich zwar jetzt auf stumm gestellt, aber ich denke mir auch, was ist denn los hier? Jetzt zieht er da ein Removal-Top-Deck nach dem anderen. Und hat sogar noch die Chance, weiter im Spiel zu bleiben. Genau, die rote Karte soll ich jetzt nicht spielen, weil mit der kann man, glaube ich, noch kämpfen. Also die kämpft dann gegen eine andere Kreatur meiner Wahl, des Gegners, und kann sie so vernichten. Jetzt habe ich aber ein paar Karten, ein paar Kreaturen auf dem Board, die jetzt momentan auch nicht sehr stark sind. Aber, ja, ich dachte mir, es reicht. Der Gegner hat eh nichts mühsam. Und langsam ändert sich das Eichhörnchen. Also wir kriegen ihn schon klein. Und, ja, zack, zack, nichts passiert. Der Gegner hat natürlich keine Karte mehr auf der Hand. Und, ja, das dauert jetzt nicht mehr lange, bis er aufgibt. Ich glaube, noch ein, zwei Züge. Seht ihr, ich habe auch noch so eine Verstärkungsklinge. Jetzt habe ich ja noch den 4-3er gespielt. Zack, Angriff mit den anderen. Dann mache ich jetzt auch immer 5 Schaden. Und das ist jetzt gleich zu Ende. Ich glaube, er zieht auch nur noch Mist. Ja, okay, das ist eigentlich relativ großer Mist in seiner Situation. Aber, naja, und so gewann ich das Spiel. Ich muss sagen, am Anfang war ich skeptisch. Aber dann, je länger es ging, desto positiver wurde es auch. Und, ja, das ist halt so ein Beispiel dafür, dass man nicht so schnell aufgeben sollte.